Wer hat übrigens vorgestern Abend das Fußballspiel gesehen, Frankreich-Deutschland? Eine ganze Menge, ja? Meiner Meinung nach, ein typisch deutsches Spiel. Sehr engagiert, viel Ballbesitz, hart trainiert, gute Technik, Strategie war erkennbar und kein Tor geschossen. Oder? Es kommt gar nicht so selten vor. Was bedeutet das aber im Geschäft? Wenn du im Büro sitzt, Konzepte machst, wenn du die tollste Adressverwaltungssoftware dich einarbeitest, wenn du alle möglichen Fachkenntnisse hast über die Produkte, dann heißt das noch lange nicht, dass du ein Tor geschossen hast. Ein Tor hast du dann geschossen, wenn du einen aktiven Geschäftspartner gewonnen hast. Oder? Also, wo ist der Fokus? Das ist ganz wichtig. Übrigens, für das Leben bedeutet für mich Tore schießen, wenn du glücklich und zufrieden bist. Wenn du das Leben lebst, das du dir wünschst. Glück ist nicht, wenn man anderen so vorkommt, sondern wenn man sich selbst für glücklich hält. Oder? Oder?